Hallo liebe Leute, ich bin's wieder. Nun habe ich meinen LED-Band da dran. Und ich finde, das kann sich doch sehen lassen. Den LED-Band. Das soll ja diese Nachttag-Simulation werden. Und ich habe festgestellt, dass bei diesem blauen Licht läuft sogar meine Krankenwagen hier ganz gut und so was. Ja, da kann man ja nicht meckern. Das soll diese Tag-und-Nacht-Simulation werden. Zum Beispiel hier orange. Ja, das ist ein Sonnenaufgang. Geht das immer wieder weiter ab? Was soll denn das am Ende? Ähm... Hier, das ist auch noch mal orange. Dann wird es rötlich. Am Abend zum Beispiel... Hm... Na, das ist ganz rot. Muss ich nicht unbedingt sagen. So, das ist noch lila. Ist auch ganz witzig. Auch gerade dieses blaue Licht wollte ich haben. Ähm... Das sieht doch schon mal ganz geil aus. Dann habe ich den... Das hat doch was. Ja... Eins an... Oh... Das geht wieder mal ab da. Ähm... Das muss ich gleich mal anbringen. Sonst flattern wir das immer weiter ab. Ja, das ist hier nämlich diese... Äh... Traurungen-Kamolage, ne? Ähm... Und dann muss ich das dann noch anbringen. Ähm... Aber so... So kann sich das ja schon sehen lassen, finde ich. Mit der... Blauen... Mit dem LED-Band hier. Das sieht schon mal echt gar aus. Und wenn ich jetzt noch hier... Sag mal so... Schalte an... Haben es hier noch alles beleuchtet ist. Das hat doch was. Äh... Das soll ja dieses Nacht... Äh... Äh... Himmel... Dastehen. Guck mal, kann ich auch meinen Bahnhof gut sehen da? Der beleuchtet ist. Das hat doch echt was, ey. Das sieht doch auch schon echt geil aus. Und... Das untere Licht kann ich auch noch alles anstellen. In Blau oder wie ich das haben will. Ähm... Ja. Das finde ich doch schon mal echt geil. Bin aber überlegen, ob ich da nicht da hinten noch... Äh... In diesen... Ecken... Äh... So, da links hier. Mal schauen, ob ich das noch mache. Hätte auch was. Aber so ist das... So sieht das schon mal ganz geil aus. So kann sich das echt sehen lassen. Ähm... Jo... Wie gesagt... Das sieht doch echt genial aus. Ähm... So werde ich das auch lassen mit dem LED-Band. Sehr gut. Ich muss nur noch den Traufe hier gleich einschrauben. An der Decke da. Aber so... Das finde ich das sehr schön. Vor allem dieses... Ähm... Nachtlicht... Das Blaue. Trotzdem kann man dann noch was sehen hier. Ähm... Falls mal irgendwie... Doch ein Gleis oder wie auch immer. Aber ich finde, das würde ich schon immer mal so gemacht haben. Das habe ich bei jemanden gesehen. Und dann glaube ich auch irgendwo... Irgendwo ein Video. Und ähm... Ja... Habe gedacht... Mensch... Das wäre doch die geniale Idee. Das hier auch so zu simulieren. Aber mit dem LED-Band. Dann kann ich dann Tag und Nacht simulieren. Dann kann ich das wirklich mal wo... Dann kann ich auch sagen... Nö... Das gefällt mir nicht. Dann mache ich mal Weiß. Ne? Und dann das ist dann der Tag. Gut. Ist nicht ganz so... Aber ich sag mal so... Das kann sich doch echt sehen lassen. zusätzlich habe ich auch noch die die andere hier haben wir noch das finde ich das schon mal geil jetzt kann ich auch ich kann auch hier orange machen sonnenaufgang oder wie auch immer so und grün kann ich auch sogar machen wenn ich würde schönes spielzeug hier diese ld-banner das könnte man auch als nachtlicht benutzen hellblau ja das sieht ja schon mal nicht schlecht aus aber ich habe gedacht gerade das blaue das ist dann das nachtlicht das dunkelblaue so sieht das auch schon genial aus und wenn ich jetzt noch den Trauber anschrauben da wo mir das band da wieder abgeht und dann mal weiß machen hier und dann wie gesagt sieht doch genial aus so dann bis zum nächsten video würde ich sagen